Wenn dann die Zahl der Touristen sinkt, kann das massive wirtschaftliche Folgen mit sich bringen. Außerdem werden verschiedene Waren und Güter so teuer, dass die Einheimischen sie sich kaum noch leisten können. Die Folge solcher einseitigen Abhängigkeiten ist, dass beim eventuellen Ausbleiben, also wenn die Zahl der Touristen sinkt, kann das massive Folgen mit sich bringen. Wenn die Zahl der Touristen sinkt, kann das massive Folgen mit sich bringen. Wenn das eventuelle Ausbleiben oder Wegbleiben der Touristen massive wirtschaftliche Probleme entstehen oder entstehen werden, sie bringen Folgen mit sich. Das Ergebnis davon ist die Preissteigerung. Und das Aufkommen ist eine Inflation, ein Tawarum. Wir machen hier ein Tawarum und dadurch resultierende Kaufkraft für Lust der Einheimischen Bevölkerung. Und wenn die Zahl der Touristen sinkt, die ob ein Tawarum ist, die sich mit der Ausbeutung umbauen ist, die er die Zahl der Kausarum ist. Das ist die Zahl der Kausarum. Die Zahl der Kausarum ist die Kausarum. Die Zahl der Kausarum ist die Kausarum. Das ist die Kausarum. Das ist die Gefahrung. und ja als einheimische استfahdekadet und wir mögen einheimische bevölkerung ok das ist die Tragiere der Jumbe gut wir nehmen die Sorge nach dem Problematisch Problematisch ist der Tourismus problematisch ist der Tourismus auch das Problematisch ist der Tourismus auch aus ökologische Sicht مشkelsatz hat sich als die der Tourismus gesellschaftlich als die der Moitisisti der zunehmende Verkehr der hohe Wasser und Energieverbrauch und große Mengen an Müll belasten die Umwelt in einigen Regionen hat sich der Wassermangel durch den Tourismus stark verschärft außerdem werden Landschaften und außerdem werden Landschaften durch den Ausbau der Infrastruktur zuerstört das bedrott auch die Arten verfeld in diesen gebieten eine weitere Herausforderung ist Unwildschutz und Tourismus mitternen zu verarbeiten. Also meilbäro. Problematisch ist Tourismus aus ökologischen Sicht in der Szene mit der Fekir und in der Höhe Wasser energie verabschieden. So meilbäro. Ma eingeräu eich mich machen. Meilbäro. Jekkaalisch hessisch und Tourismus mit dem Heimdäger mit Heimdäger mit Meilbäro. Mitabakat berden. Tourismus und aus inja ökologische Sicht ma mitternen verarbeiten. Verarbeiten verarbeiten hasse die zwei Das heißt, ich fühle mich nicht, ich fühle mich so, aber ich fühle mich nicht. das funktioniert nicht so hat oder mit uns synchronisieren bekannte umwärtsschutz und erbte mich im steigenden der zunehmende verkehr und hohe wasser und energie verbrauchen große menge an müll belassen die umwelt mit ihm steigende autoverkehr zunahme der wasser und energie verbrauch und ebenso in die konnektoren ebenso müll und abwasserversorgung belasten die umwelt sehr stark oder sie gehen zu lasten der umwelt im modellian mischung sie gehen zu lasten der umwelt oder belasten im fählische in einigen regionen hat sich der wassermangel durch der turismus stark verschärft. außerdem werden landschaften verschandet. durch den ausbau der infrastruktur zerstört. in der wäsche zerstört verschandet. verschandet in einigen regionen hat die was knapphite and in kritischen punkt a gott. durch この be percent a bit, cambude ab yektdune hat be jedin gdune, yektdune nöchten kritis. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Dazu kommt noch, dass die Landschaft durch Bauwirtschaft unwiederbringlich zerstört wird. Unwiederbringlich, meine ich, zerstört. Okay. Das bedroht auch die Artenvielfalt in diesen Gebieten. Das bedroht ist, das Leben der Tier und Flanzen in diesen Gebieten oder Orten. Oder Gebieten ist, besser ist. Ayn, bei khatr, minde zin, die Gehaan und 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 Gehaan. Ayn, ein Gehaan und 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 Gehaan Ich weiß es nicht.